Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Uncharted 3. Wir sind in der Wüste gefangen. Aber wir sehen da jemanden. Da ist ne Oase. Und da ist ne Fata Morgana von Sully. Wieso rennt er weg? Bitte seine Oase. Oh Gott. Nur noch ein Stück. Das ist sowas von eine Fata Morgana. Und jetzt rutscht er hier runter. Ah, okay. Immer weiter. Immer weiter. Welche Wurzeln klammern hier? Keine Ahnung. Welche Äste wachsen aus dem steinernen Abfall? Keine Ahnung. Nein. Moment mal. Menschensohn, du weißt es nicht, er rätst es nicht. Denn du kennst nur Bruchstücke von Bildern. Der Brunnen. Wo die Sonne strahlt und der tote Baum keinen Schutz spendet. Die Grille keine Erlösung und der trockene Stein kein Rauschen des Wassers. Ach, hier bin ich. Verdammt, ich laufe hier im Kreis. Mist. Verdammt nicht. Scheißdreck, Scheißdreck, Scheißdreck. Ja. Das ist wirklich scheiße. Das wird nicht wirklich besser. Aber wir brauchen, wir müssen, wir öffnen nicht länger der Sonne ausgesetzt sein. Nur dieser rote Felsen bietet Schatten. Ja, deswegen gehe ich ja da gerade hin. Komm in den Schatten unter dem roten Felsen. Bin doch schon dabei. Alter, ich kann nicht mehr. Oh Gott. Komm schon. Craig, du schaffst das. Oh Gott sei Dank. Und ich zeige dir etwas anderes. Als den Schatten, der dir des Morgens folgt. Oder der sich abends erhebt, um dich zu begrüßen. Ich zeige dir Furcht in einer Hand voll Staub. Das ist jetzt ruhig weitermachen können. Ja. Alter. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Was solltest du nur? Erzähl es. Oh Gott. Ich will mich hinlegen. Ich will mich hinlegen. Ja, wenn er es hinlegt, ist er am Arsch. Ja. Nein. 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 Sorry. Sorry. auf ich habe dich immer gesucht Ich hab dich gesucht, keine Ahnung wie lange ich schon hier bin, glaub ich. Sorry? Sorry? Hätt ich jetzt auch gedacht, Alter. Okay, ich will nicht weiter. Ich schaffe das. Weißt du noch nicht mal wo langt, Junge? Und plopp. Sully? Was ist denn das? Ich hab's geschafft. Sully, du hast geschafft. War so ein Glück, es ist ein Dorf. Und auch eine Fata Morgana. Aber Gott sei Dank, wir haben's geschafft. Alter, und überall einfach gar nichts. Ähm. So, letzte Düne wahrscheinlich. Ähm. So, letzte Düne wahrscheinlich. Ähm. Ne, das ist keine. Nein. Mist. Eine Geisterstelle. Kapitel 19. Die Siedlung. Und da ist ein Schatz, der sehr penetrant ist. Okay, Malvin. Wenigstens echt. Vielleicht finde ich hier erst Sully. Und die anderen. Aber schließlich ist sie ein Schatz. Ich kann hier nur richtig sein. Und da komm ich nicht durch. Du musst ein anderer Weg. Hm. Vielleicht hier lang. Ja, vielleicht da lang. Ja, vielleicht da lang. Na, super. Na, super. Das hat doch gebläht. Komm schon. Na, schau. Ich nehme das. Ich habe das. Ich habe das keine Aufmerksamkeit. Oh, das ist gesprach. Ich habe das gebläht. Okay. Den, ich habe das gehört. Ich habe das gebläht. Oh, das nicht ausgeget sanct. Näh. Das ist gesprach. Ich habe das gebläht. Was will das Spiel jetzt von mir? Ich kann hier nicht durch. Ich krepiere einfach. Okay, nicht aufgeben. Okay. Das war eben. Vielleicht finde ich ja noch einen Brunnen. Hier muss es was Nützliches geben. Ja, die Stadt wurde... wahrscheinlich verlassen, weil es hier kein Wasser mehr gibt. Ich brauche eine Knappe. Ja, irgendwie ja schon. Dich nehme ich mir. Wupp. Na, von da oben. Alter, die man hier alles kaputt. Also bin ich hier richtig. Ich brauche nicht. Fuck! Achso, naja. Oh, fuck Vielleicht kommt er ja von alleine drauf Scheinen hier wohl richtig zu sein Oh, die Pistole gefällt mir Die hat Wurms Die sollen wohl das Flugzeug suchen Na gut, er ist viel zu lange Er braucht wohl noch ein bisschen Um Dancers zu kommen Junge, da ist die Stadt, die gesucht wurde Wieso bei der Animation einfach aufgehört haben, irgendwas zu machen Oh nein, nein, nein Junge Alter Alter Die Musik, ey Der kommt, muss irgendwas sein Danke sehr Ah, so Jetzt hab ich wieder alles Okay Dann geht's wohl noch Und dann Hier noch irgendwie was zu holen Ne, alles klar Oh nein Oh nein Ich weiß, als ob der so schlau ist und das dann gleich sieht Verdammt, ich sitze hier unten fest Nein, den tust du nicht Ja, mein Schatz, der wird uns retten Ja, mein Schatz, der wird uns retten Geklappt Er wäre auch ein bisschen peinlich, wenn es bei ihm klappt Dann bei mir nicht, ne Ich hab's ja Mit dir Mist Das wird langsam lächerlich Das ist etwa Wasser das ist auf wasser oder ok oh wow den hat es dafür oh shit Rückzug Der ist getroffen. Oh, fuck. Ja, gut. Weg mit dir. Zack. Oh, weg mit dir. Und wo kommt der Wichser? Junge, krib hier doch einfach. Danke sehr. Was? Junge. 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 Weißt du was? Ah! Von... Wo? Oder der? Da. Er so. Motherfuckers. Wunderbar. Perfekt. Oh, da ist noch mal was. Yeah. Bei der Pistole könnte ich jetzt noch eine Ladung gebrauchen. Ah, doch. Ab für 102. Perfekt. Okay. Ähm. Okay. Jetzt habe ich Schwul. Ich bin nicht schwul, Diggo. Okay, und hier ist ja nix. Ähm. Ja. Wo geht das weiter? Ich habe jetzt so das Gefühl, dass es hier ist. Hier war so eine Ritze. Genau. Aber echt schwierig zu sehen. Das war jetzt nur reines Glück. Aber wie se... Oh, kann ich nicht reingucken? Wie se nix... Äh. Wie se geil weiter geht das? Sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Haut rein. Ciao.